Da sind wir wieder bei South Park, der starb der Wahrheit. Ja, und Jesus haben wir letztes Mal nicht gefunden, obwohl ich ihn lachen hören kann. Und der immer titi-titi-hihi macht, aber ist ja auch Wurst. Ich hab... Ach ja, hier stimmt, da ist ja der Schweineburrmann noch. Eins vergessen. So, wir gucken mal nochmal auf die Karte. Quests. Aha. Ja, Jesus finden wir ja nicht. Das Kinder finden wir nicht. Das funktioniert irgendwie nicht. Also, ich war ja schon ziemlich verzweifelt, Leute, ja. Weil ich ja nicht wusste, wie komm ich da in den Wald. Ich hab mir das mal online angeguckt. Ja, ich hab hier schmult. Und die lassen wir mal in Frieden gerade. Ich hab hier schmult. Und ich muss diese Straße hier hoch. Zu dieser Farm. Und ich muss hier durch. Ich komm hier aber nicht durch, weil hier die Ratten sind. Und online war da, wo ich die gesehen habe, da waren da keine Ratten. So, und jetzt sagt mir, wie ich das machen soll. Ich könnte höchstens probieren. Äh, 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 ne, Quatsch. Ach, Quatsch, die Sammler weckt. Probieren das irgendwie Kenny, die... Die die irgendwie wegzaubert da. Aber irgendwie... Ich verstehe das nicht. Ist das ein Fehler von der deutschen Version wieder? Ich hab keine Ahnung. Das ist alles irgendwie... Macht keinen Sinn. Da kommt man auch nicht lang. Und wenn wir... Funktioniert auch nicht. Funktioniert alles nicht. Hm. Bin langsam ratlos, Leute. Und mir will von euch ja eigentlich auch keiner helfen. Gebt mir ja kein Rat. Erstmal schlachten wir hier die Zombies ab. Ouch. Die machen wir mal ganz kurz fertig. Fürs Level. Okay. Junge, Junge, Junge. Hm. Was war denn der zu coole? War das nicht der? Schnell wieder abschütteln. Äh. Und rauf. Ja, das ist doch fast hin. Geblockt. Ah, wir haben sogar Energie gekriegt. Habt ihr das gesehen, Leute? Mein Gott! Boah, war das schwer. Boah. Muss ich... Muss ich da irgend noch was machen, dass diese scheiß Ratten verschwinden? Ich kann das euch nicht sagen, Leute. Guckt mal nochmal auf die Karte. Ja, gegen die Ogerin. Wir haben doch... Warte mal. Guckt mal ganz kurz hier in mein Inventar. Wo ist denn eigentlich... Was solltet vielleicht da irgendwie... Ne. Ich dachte, vielleicht mit dem Pass irgendwas machen, aber ist ja Quatsch. Ist ja Blödsinn, Leute. Ich hab viel zu viel Stuff mit. Fällt mir auch gerade mal einfach wieder ein. Wir fahren mal nochmal ins Hauptquartier. War da hier, oder? Ich denke doch. Ich denke doch, das war da. So, genau. Jetzt fragen wir mal nochmal hier nach. Die Girls rekrutieren? Man, das Place ist super kräftig. Aber das haben wir doch schon. Hey, Commander Douchebag. Wo sind die Girls? Äh... Wo kommt man hier rin? Ach, Quatsch. Ah, der ist so gut. Der ist so gut. Habt ihr das hier sehen, Leute. Zack. Gibt man die da runtergeschossen? Ne. Leider nicht. Ich brauche mehr Freunde. Ja. Warum sahen die jetzt eigentlich andauernd? Ich muss mit den... Dann muss ich wohl mit den Mädchen noch irgendwas machen. Boah, ich hab ne Kriegerachse kriegt. Yeah. Dann muss ich wohl mit den Weibern sprechen. Wo waren die denn? Die Weiber waren... Jetzt muss ich mal legen. Wo waren die immer vor dem... Hier? Ich glaube da. Timme, Timme. Was ist mit der hier? Hallo? Ne, warte mal. Die waren woanders. Die waren da hinten, genau. Äh. Laufen wir mal schnell hin. Ach, schon wieder Zombies. Überall Zombies. What? Send them back to Germany? So, jetzt labern wir mal mit der Alten hier. Komm find me, wenn du die Dokumente übersetzt hast. Hä? Hä? Das ist doch Blödsinn. Das haben wir doch schon... Wenn du die Dokumente übersetzt hast, das haben... Wir waren noch da mit im... In diesem Quartier drinne bei uns. Wir waren in dem Quartier und haben das übersetzen lassen, was da drin stand. Wie geht's völlig bescheuert? Wie geht's völlig blöd? Aber da ist ja auch keine Quest zu. Genau. Also jetzt hier ist Monika passierte. Das ist ja alles schon beendet. Genau, da steht das schon beendet. Rekrutiere die Mädchen. Ist doch fertig. Und hier ist die letzte Aufgabe. Begebe dich in Norden nach Kanada, um jemanden zu finden, der die Dokumente übersetzen kann. Ach ja, genau. Ja, da komm ich aber nur hin, wenn da diese scheiß Ratten weg sind. Oder habe ich da die Dokumente liegen lassen? Hier steht was mit Dokumenten in der Abtreibungsklinik. Ich ahne ja böse, Leute. Ich habe bestimmt irgendwas liegen lassen. Darum würde es liegen. Ich fand Jesus in der Kirche. So, ich falle es da nochmal hin zu dieser Klinik. Wo waren die? Das ist der Fotoladen. Wo waren diese dumme Klinik? Warte mal, die ist doch hier, oder? War die nicht hier? Ey Mädchen, wir müssen in die Abtreibungsklinik. Ey. Oh, was ist denn hier? Was war denn das für ein Haus? Ich habe gar nicht geguckt. Auf jeden Fall hatte ich den Schlüssel dafür. Hallo? Was ist denn hier? Gibt es hier was? Boah, geil. Warte, 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 warte. Hat das jetzt für eine Bewandtnis? Dass ich hier einen Fach aufmachen kann, oder was? Und Müll einmal umschubsen kann? Und das warte jetzt, oder was? Geht es nicht rinnen? Hallo? 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 Sehr komisch. Was ist denn das hier eigentlich? Steht nicht da. Rinoplast? Machen wir mal ein Rinoplast. Mal wieder mal, Icy. Lass mich dir unsere Broschüre zeigen. Der hat Liebe. Machen wir einfach mal. Ich habe es ja. Ich habe es ja. Oh, ja. Das würde dir toll aussehen. Okay, geh auf. Die Tür auf die Seite. Na los. Hi, I'm Dr. Tom. Ich verstehe, du willst ein bisschen Arbeit gemacht? Just have a seat right here. All right, just relax. This won't hurt a bit until I start, at which point it won't hurt a bit. Here we go. Mh. Oh, that looks nice. Big improvement. Come back if you ever need any more work done. Na, Mensch, dafür hat sich das doch gelohnt. Aber ich sehe gerade, hier ist noch was anderes. Okay, anscheinend nicht. Anscheinend nicht. Juuuut. Jen, wieder raus. Nasen-Operation beendet. Haben wir da oben schon? Ja, sieht so aus, wa? Nee, nee, warte mal. Das ist falsch. In der Bank wollte ich jetzt nicht. Ach, Mann, Leute. Die scheiß Abzocker hier. Aber da ist ein Kind. Da ist ein Kind. Habt ihr das gesehen? Das ist, glaube ich, das letzte gewesen. Das ist das, das ist das. Ich hab deine Füße gesehen, du... Trottel. Jawohl, sechs von sechs. Und dann haben wir noch was gefunden. Oh, goldenes Ticket. Weltraumgeld. Taco, Taco, Burrito, Burrito. Taco, Taco. Welcome to the Bank of South Park. Would you like to... Sorry, kid. Come back when you have some money to invest. Ich investe dir auch gleich hier noch. Für die Macker. So, dann machen wir uns ja wieder groß. Jetzt haben wir alle Kinder. Jawohl. Das ist schön. Ich hab irgendwas vergessen. Ich seh das schon wieder. Ich war einfach nur wieder zu dumm. Wo ist denn diese dumme Klinik? Da ist sie doch. Checken wir das doch nochmal ab hier. Ich komme einfach nicht darauf, was... Das erklärt sich mir irgendwie nicht gerade. Na, ist egal. Die raucht da hinten. Ist ja wohl die Höhe. Und jetzt? Toll. Das ist ja der absolute Hammer. So, das haben wir. Aber hab ich hier das Foto liegen lassen oder irgend so was? Ich weiß es nicht. Leute, ich weiß es nicht. Gucken wir mal, ob wir das Foto vielleicht vergessen haben. Aber das hab ich doch alles mitgenommen. Das ist doch alle zum Mäuse-Mägen. Wenn ihr mich fragt. Oh, Fotografers are perverts. Und halt die halt liegen lassen, eigentlich. Alle liegen gelassen, Stefan. Passport-Fotos. Ach, hier. Kennt ihr ihn hier noch? Der die Hände gesammelt hat. Geil. So, Leute. Ich weiß es immer noch nicht. Ich werde immer noch nicht schlau aus der Sache hier. Aber wisst ihr was? Ich werde jetzt erstmal gucken. Und meine neuen Freunde hier annehmen. Wie Smog über Shanghai. Och gut. So. Äh, nee. Viere brauchen wir noch. Dann kriegen wir einen neuen Vorteil. Hey, du hörst das populärer Kind. Ja, bin ich. Bin ich, bin ich. Und bist du noch nicht mein Freund? So, wir gehen jetzt erstmal zum Park zurück. Zum Park. Ist der nicht hier? Kelly Gardner? Kommt nischt. Warum nicht? Doch nicht. Mann, immer wenn man einen Reisepunkt sucht, findet man keinen. Ist doch zum Mäusemelken. Hab ich schon mal Mäusemelken gesagt heute? Ich glaube nicht. Wo ist der dumme Park? Ach, ich bin vorbeigelaufen. Ist ja klar. Ach, ich hätte einfach nur nach rechts weiterlaufen müssen. Oh. Schon mal echt da gewesen. Lasst mich in Ruhe. Ich will heute nichts von euch hören. So, wo sind die Kiddies? Klar, ich gewonnen. Alter. Jetzt geht's richtig ab. Ich bin so gut. Alle jenascht hier. Jetzt kriegen wir eh einen Punkt, aber ich habe mir jetzt letztes Mal schon viel was entschieden. Brennenden Feinden? Nö. Nee, das ist doch doof. Nee, ich werde ja nicht verletzt, also brauche ich das ja nicht. Erster Angriff ist natürlich nicht schlecht. Das merken wir uns mal. Oh, volle Gesundheit ist natürlich geil. Als Wiederbelebungsdrang. Hm. Nee, wir nehmen das. Das ist geil. Das ist schon ziemlich geil. 13 Freunde, Alter, für den nächsten Bonuspunkt. Das ist heftig. Das ist heftig, Leute. So, und ich sehe gerade... Ich weiß nicht, ich muss mich einfach nochmal belesen. Das macht keinen Sinn für mich. Ich komme da nicht weiter, Leute. Und ich würde euch ja nicht irgendwie langweilen oder so. Denn gucke ich mal, ob ich das im nächsten Part schaffe. Und ich hoffe, ihr bleibt dran, auch wenn es gerade ein bisschen durchhängt. Aber wir sehen uns beim nächsten Mal. Und auf Wiedersehen. Ciao. Ciao. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.